Ich gehe vielleicht lieber hier weg. Aufsprengen? Ja. Warte Chris, warte, warte, warte. Vielleicht jetzt, 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 aufsprengen. Okay, ja, jetzt. Direkt bei mir ist er, oben, oben, über mir, über mir. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, du bist in der volle da, ne? Ja. Verdammt. Alter, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft und die sind halt echt verkackt, die sind schon vor mir. Oh nein, Alter. Wo ist denn dein Typ? Nein. Noch, ist noch einer. Wow. Ich hab's geschafft, ich hab ihn nicht. Hier, genau so. Ich hab' verpasst. Ah. Egal, egal. Bleib ruhig, Oma. Recht, ich hab' hier. Sehr schön. Oh Mann. Nice. Ich wollte sie noch messern. Ja. Oh Mut, vielleicht, ähm, oder ne, passt schon. Reinspringen und dann nach links achten. An der Stelle, an der ich immer lag. Bis denn, rechts in der Ecke ist ein Schild, dahinter sitzt aber noch keiner. Okay. Das sollten wir jetzt schon machen. Ist irgendwas frei? Atelierchen, komm. Okay, kann rein. Okay, kommt, kommt, ich smoke, ich smoke direkt, ja? Ja. Okay. Das eine, das eine. Zugriff. Swapke. Ich bin da nicht in Trap, aber, weiß, 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 weiß. Ich kann grad nicht decken. Der wird gestorben. So, weg da, ich kann schießen. Befasst euch, befasst euch, befasst euch, befasst euch. Oh, verdammt, sorry. Alter, ich bin die ganze Zeit hier auf, oder nicht? Wow. 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 Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Hat er nicht gesehen, ich weiß. Doch, ne? Oh, das war jetzt ja gut. Genau. Alter. Bleib mal ein bisschen so. Bleib mal ein bisschen so. Ich treffe ihn einmal nicht. Er geht zurück. Er geht wieder vorne. Ich gebe headshot. Weißt, er guckt mich kurz an. Guckt er nach vorne, boh, tot. Ich bin im Rauch, ne? Ich hab ne Lieschentrap. Muss sie rausziehen, ne? Geh zur Seite. Rauch verziehen. Ich bestehen drei Leute vor mir. Okay. Richtig nice. Richtig nice. Einfach dreifach headshot an der gleichen Stelle. Ich geh mal, Chris. Die beiden Deutschen müssen zusammenhalten. Oh, KVR vor mir. KVR vor mir. Luba. Guck da hin. Also, jetzt komm ich jetzt durch die Küche gelaufen. Alex, du musst zu tun, andere Seite. Alex, ich würd gleich von hinten kommen. Das war übrigens KVR, die ich umgebracht hab. Was? Alles noch einer. Helfen die Treppe. Vakerin geht von der anderen Seite auch noch aus. Gut, sich da ein bisschen zu unterstützen. Ist nur noch einer. In der Milch. Oh nein. Oh nein. Warum klappt das? Was? Was? Alter, Alter. Ich dachte, der ist so, fuck. Nein, das wird nix. Ich mach eigentlich aufhören, dass ich nicht so klar komme. Das Risiko gehst dir jetzt ein. Alter, sie hat ja so auf dich geschossen und dann verkackt die so hart. Alter. Nice. Oh man. Got it. Awe. Au. Da bottom. Scheisse auf die kleine im Ahosen. Es ist ja noch schlimmer mit der zu spielen 2 Stairs, Last Roof 2 Stairs, Last Roof 2 Stairs, Last Roof Ist das bei dir so viel? Ja, wahrscheinlich Hier ist es Ich weiß nicht ob das noch alle waren Der letzte war bei mir Ja, der letzte ist bei mir Shit Der Weg ist zu lange zum Aufspringen und Schießen Einer ist schon unten im Plantauer vor der Frühschredder Ok Genau 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 Jetzt Ja Ja Punkte Ja Nein, Schutze stört Ja, ach ne Äh Was, oh Ich hab den noch nicht mehr gesehen Oh, du Wichser Hallo Alex Hallo Alex Hallo Alex Ich hab da verblind reingeschossen, ne? Ich seh da noch Oh, reinschießen Noch ist Loch, ne? Ja, noch, so noch Gute Einstellung Hallo Stichwort Alex Hallo Ja Bist du grad wieder gekommen aus dem Urlaub Ja, von kürzerem Irgendwie vor einer dreiviertel Stunde oder so nach Hause gekommen und vor 2,5 Minuten Ja Du hast nichts besseres als dann, äh Rainbow zu spielen Nein, mach ich nicht mehr heute Was? Ja Ja Auf Fortnite, ne? Absperrt Also zumindest Also vielleicht ja, aber ich kann es nicht wirklich gut Ich kann dich im Moment mal ausbedienen Hast du das verlernt Ey, du warst doch unser Nummer 1 Spieler letztens Ja Ich hab auch grad noch gewisse Gehörschwierigkeiten Was hast du denn gemacht? Party on and long Hast du eine Bulgarische Nutte gefickt, oder? All day Ah fuck, das sollte mein Ur sein Nein Ich hab dir gern geholfen Dankeschön Chris, ungeschätzt ich das nicht geschafft Und wann das? Ich hab sowas zerstört Fickt euch, Bitch Ahhhh Oh mein Gott Ich kann dir nicht Hä, warum? Du hast ihn aber umgebracht Warum? Glaub ich um... Hä? Warum war das... Hä? Ich hab ihn getötet Ich hab ihn getötet Du hast ihn noch getötet Aber es war viel interessanter aus meiner Sicht zu sehen, wie der gestorben ist War das deine Sicht? Ja Weiß gar nicht wer das war, Alter Das war ich Ah, diese Missgeburten Du hast gar nicht geschossen Du hast dich einmal geschossen Doch, ich hab geschossen Ich hab ihn auch getroffen Das juckt mich, verdammt nochmal nicht an Aber Die Leute sehen halt das, was sie sehen wollen Und die Leute wollen halt Omni sehen Und die Leute wollen halt Omni sehen Jetzt einfach in der Türbleib nicht mehr Fisch Chris Fisch Chris Oh Fisch Chris Danke Ich hab dich fast abgeschossen Achso, wir haben gar nicht den Fuser, ne? Haben wir nicht? Nee Warte nicht, Pieke Dann, äh Mönke ihn doch mit ihm und holen Hast du Kapkan geholt? Ja Du, Cabby, komm to our position You have to defuse Ja Sie sind hier zu Zu dritt, ne? Ach, ist auch im Gesicht, ja Du, Cabby, can you plant Bei us? Meine Fresse Bei us ist, äh, ne ganz andere Bedeutung Bei 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 uns At Our Position Und irgendwas Er macht's einfach an der offensten Stelle Äh Das geht aber echt Guck mal, wo er geplantet hat Ich hab's gesehen Anstatt in der sicheren Ecke Wo wir alle Nee Das ist Das ist Das ist Nachher dann sollte ich echt Du Camp ich nochmal umbringe Die Ab 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 Ich laufe einfach einfach. Ja, ja. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt es am Kopf. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, Lars. Du Hurensohn. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Klappt nicht. Oh mein Gott.